Blauer Trott, deine Farbe KFC! Blauer Trott, deine Farbe KFC! Blauer Trott, diese Farbe werden niemals untergehen! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich liebe Pressevertreter ein recht herzliches Hallo zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel in der dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem KFC Oerdingen. Ich begrüße auch die beiden Trainer hier vorne, unseren Trainer Joe Ennox und den Gästetrainer Norbert Mayer, den ich nun zunächst um seine Einschätzung zu spiele. Vielen Dank. Ja, Joe, erstmal Glückwunsch für euch zum Sieg. Für uns ein Déjà-vu nach fünf Minuten, der fünfte Elfmeter mittlerweile in kurzer Zeit, schenken auch dieses Tor dann wieder ab, muss man wirklich so sagen, verantwortungslos. Und das sind nicht die ganz Jungen, die bei uns die Fehler machen, sondern das sind erfahrene Spieler, die schon etliche Spieler auf dem Puckel haben. Dann haben wir auch in der ersten Halbzeit, haben uns schwer getan, wieder ein Spiel zu finden. Wir haben auch nicht viele Chancen irgendwo zugelassen, haben auch mal einen Freistoß, den es gab. Aber wir hatten eine durch Osabe, Osabe sowieso der tragische Held heute, wenn man das so sagen darf. Die zweite Halbzeit war richtig gut von uns. Da haben wir Fußball gespielt, haben unsere jungen Spieler, ob Liga, ob Pflücke oder auch Dörfler sehr gut den Ball laufen. Also wir hatten riesen Möglichkeiten durch Osabe, Meter vor der Hütte, der dann an die Unterkante der Latte prallt. Dann der Kopfball von Osabe, der hinten an die Latte geht. Dann der Schuss von Dörfler, den Brinkis spät sieht, aber hält, noch nicht platziert genug geschossen. Ja, und dann kommt es am Ende eines Spiels, weil wir haben ja aufgemacht ohne Ende. Das zweite Tor ist für mich nicht das Entscheidende gewesen, sondern eben wieder einmal in ein Spiel reinzufinden, dem Gegner wieder die Türen zu öffnen, Kontrolle dann über das Spiel zu behalten, sich tief zu stellen und auf diese Kontermöglichkeiten zu warten. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Aber wie gesagt, wenn wir diese Fehler machen und wir machen sie im Moment, was die individuellen Geschichten angeht, zuhauf, dann wird es feine Spiele gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Einschätzung unseres Trainers. Joe, wie groß ist die Erleichterung bei dir? Gut, die Saison bis jetzt ist immer ein Auf und Ab und wir wissen, dass wir nach den zwei Niederlagen gegen Osabe, dass wir heute wieder pumpen müssen. Norbert hat auch richtig gesagt, diese 1-0 kamen wir uns sehr entgegen. Wir könnten uns da mehr auf die Defensivarbeit konzentrieren. In der 1. Halbzeit haben wir auch kaum was zugelassen in der 1. Halbzeit. Und dann in der 2. Halbzeit war es wirklich so, dass wir diese Phase überstehen müssen, wo wir drei, vier riesen Chancen haben. Da muss man einfach dazu sagen, wenn sie die reinmachen, dann wird es schwer für uns. Gott sei Dank war es zweimal Latte und einmal Pommes richtig gut gehalten. Wir haben diese Phase überstanden und dann hat die Mannschaft das gezeigt, was sie eigentlich können. Konsequent mit den Zweikampf halten hinten. Buxer war extrem wichtig für uns auf dem Platz heute, der fast alle Cockball-Duelle gewonnen hat. Er hat sehr oft gerettet in 1 gegen 1 Situationen. Hinten Brian hat auch eine sehr ordentliche Leistung gebracht. Und dann freuen wir uns natürlich Tarsis über diese 2-0, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Wir können das vielleicht zehn Minuten früher machen. Aber es ist egal, wir machen das und gewinnen wir das Spiel. Ob es verdient ist oder nicht, das sind drei Punkte, die uns sehr, sehr, sehr gut tun. Und ich wünsche meinem Kollegen Heid Neubert alles, alles Gute für die weitere Spiele. Dankeschön. Ja, soweit die beiden Trainer mit ihren Einschätzungen. Gibt es Fragen von Ihnen? Dein Moment, wir reichen Ihnen das Mikrofon. Norbert Mayer, Sie haben jetzt in Ihrer Auswirkung des Spiels nicht den Jüngeren ein Stück weit Kritik angedeihen lassen, sondern den erfahrenen Spielern innerhalb Ihrer Mannschaft. Aber das sind ja gerade diejenigen, die das Fundament gießen sollen, was dann mittel- und langfristig den Erfolg für den KFC Uerlingen bringen soll. Wie gehen Sie denn in naher Zukunft damit um? Falten Sie mit unseren Worten gesprochen Ihre Leute zusammen? Oder gibt es da eine Mischung aus Streicheleinheiten und vieles andere mehr? Also erstmal haben Sie alles schön gesagt. Das muss ich wirklich sagen. Das trifft den Kern. Wir werden jetzt nicht den Start brechen über Spieler. Ich habe nur gesagt, wenn man unsere Spiele sieht, wie wir eigentlich in der Ausschließlichkeit verlieren durch individuelle Fehler, dann sind diese individuellen Fehlern gerade von Leuten, die schon reichlich Spiele auf dem Puckel haben, gemacht worden. Auch das sind nun Menschen. Vielleicht haben die auch etwas mit ihren Nerven zu tun. Vielleicht ist es so und das hat eben angefangen mit dem ersten Rückrundenspiel in Unterhaching. Seit dieser Zeit ist die Mannschaft wirklich schwer wieder zurückzufinden in die Spur. Wir werden nicht Einzelne zum Fraß vorwerfen. Das machen wir nicht. Aber ich denke, es ist auch mal eine Erwähnung wert, dass gerade die jungen Spieler, das sind unsere U23-Spieler, die ja bisher nicht diese Rolle haben spielen dürfen. Die ja jetzt erst, seitdem ich jetzt da bin, zumindest auch sehr viel Beachtung finden. Und ich fand, dass die drei Spieler heute eine gute Leistung gezeigt haben. Und das muss man auch mal positiv erwähnen. Das haben sie sich verdient. Genauso würde ich natürlich auch die Gesamtleistung der Mannschaft gerne loben. Aber dafür dürfen wir diese Fehler eben dann nicht machen. Aber es ist damit nicht getan, jetzt auf Einzelne drauf zu hauen. Weil, das sage ich auch immer, das sind die Jungs, die wir zur Verfügung haben. Natürlich fehlen im Moment auch diverse Spieler, aber das kann kein Argument sein. Das haben andere Vereine auch. Das sind die Spieler, die wir haben, die wir zur Verfügung haben. Und andere haben wir nicht. So sieht es aus. Ich hoffe, ich habe das damit gut beantwortet. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Das wünsche ich unseren Gästen eine angenehme Einreise für die kommenden Aufgaben. Alles Gute. Ihnen allen einen schönen Feierabend. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.